Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zur Stiermond-Energie. Sind wir heute und auch morgen drin. Ich habe euch gestern schon ein Video reingestellt zum Stier, weil der Jupiter reinzieht in den Stier. Der ist gestern reingegangen in den Stier. Hier ist die Möglichkeit, dich mit schönem, erfreulichen, beglückenden zu verbinden. Da zieht der Jupiter rein. Der hat da einen gewissen Magnetismus. Du hast aber auch die Möglichkeit, ja, du hast die Wahl. Wir haben heute die Tagesenergie 17 und 5 ist 22. Es gibt immer zwei Wege, habe ich da auch im Jupiter-im-Stier-Video nochmal erläutert und erklärt. Ja, es gibt immer zwei Wege. Du kannst dich jetzt hier mit Jupiter verbinden oder eben die Tagesenergien heute 22, morgen 23. Hier kann eine stetige Wiederholung, ein karmischer Zyklus auch jetzt aufgelöst in den Verlust gehen. 23, das Jahr der Erlösung, Auflösung, Ablösung. Oder wie im Jupiter-Orakel erklärt, nein, ich brauche da noch mehr Erfahrung, Wissen, was auch immer. Und deswegen auch, wenn ich weiß, dass das das Gegenteil von Jupiter ist, ja, gehe ich da nochmal rein und drehe da eben meine Runden. Deine Seele braucht keine stetige Wiederholung, die braucht das nicht. Das ist dann der Kopf, der Kopf, der da ja einfach sein Wissen noch erweitern will. Oder eben im schlimmsten Fall, dass Ego, ja, dass partout nicht in Akzeptanz und Annahme gehen will, sondern, ja, keine Ahnung, da um Sieg und Wiedergutmachung und so ein Ego-Krams halt kämpft. Aber die Seele, und das habe ich euch auch im gestrigen Video erklärt, die braucht das nicht. Die hat dann sich einer bestimmten Thematikaufgabe gestellt und dann will die das, ja. Ja, aber dein Kopf kann halt sagen, nö, ne, warte mal, das ist, ich habe mir den Ausgang anders vorgestellt und deswegen nochmal, ne, nochmal, 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 nochmal. Ja, wie ihr euch mit eurer Seele, eurem Höheren Selbst in diesem Moment verbinden könnt, ne, in dem Moment, wo es halt darum geht, ne, wir haben Freitag Neumond, der 10 Portaltage in Folge hat, ja, wie ihr durch das Portal des Neumondes geht, ne, mit Jupiter an eurer Seite, da habt ihr eine Hilfestellung zu bekommen, ne, mit Empre Imra, ne, ja, ich verbinde mich nach oben, ne, und nicht mit 20.000, äh, Vorstellungen anderer auch. Das habt ihr hier, guckt mal, passend dazu, passend dazu, hier, ne, da, ich verbinde mich mit meinen Träumen, ne, sie ist da, ihr Hübschen, sie ist da. So, und jetzt weiß ich ja, meine Lieferant sitzt ja in Österreich, ja, ihr lieben Österreicher und Schweizer, ne, die ihr so schön meinen Kanal unterstützt, Jetzt weiß ich mal, wie geduldig ihr immer auf meine Produkte wartet. Einen großen Hut ab, ein Knicks, eine Verbeugung an eure Geduld. Jetzt ist es mal umgekehrt, ich hole mir was bei den Österreichern ab und weiß jetzt, hab jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, wie lange ihr euch in Geduld üben müsst, ne, bis dann meine Sachen bei euch ankommen. I love it. Er ist so, 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 so wunderschön. Also, ich hab diesmal, äh, nicht nur auf Vorbestellung, sondern auch drei mehr geordert, ne, äh, wer noch möchte, hat das. Hat die Kette auch in der Infobox, ne, weiß. Hier drin kann ich euch das leider gar nicht so zeigen, ne, aber wenn die Sonne auf den Stein fällt, dann, äh, verändert der die Farbe in Solaplexus. Geil, ne? I love it. Habt ihr aber auch in der Infobox. Musste ich euch jetzt nochmal zeigen. Und alle, die schon bestellt hatten und warten, mit mir zusammen gewartet haben, wissen auch, okay, es geht jetzt ab dafür. Es geht los. Ja, und, ähm, alle, die so diesen, ähm, Drang verspüren, ne, hier nochmal reinzugehen, ja, sich nochmal damit zu verbinden, ne, hier nochmal reinzugehen, ne. Und nochmal den Weg der Angst zu beschreiten, bis sich hier, ähm, also der Hauptteil, ja, löst hier jetzt wirklich, ne, geht hier den Weg, wo, ähm, Verträge, ähm, Bindungen, Beziehungen, ähm, sich auflösen, ja, Verträge sich lösen. Und einfach, ne, weil Jupiter eben übergeordnet ist, ja. Und hier schaut mal ja die Bildsprache, oh Gott, I love it, ne. Das ist ja auch das, was das Herz will, ne. Hier, hier, sich immer mit diesem Scheiß hier zu verbinden, auf gut Deutsch gesagt, entschuldigt bitte, ne. Das ist, das ist ein, äh, Kopfkino, ja. Das ist ein Kopfkino, das hat nichts mit, ähm, deinem höheren Selbst, ja, und mit, ähm, ja, mal das Kartendecken, was wir gestern hatten, ne. Ja, das Wesen meiner Seele erkennen, ja, und deine Seele will doch nicht, dass du leidest, ja. Deine Seele will nicht, dass du dich quälst. Das ist, ähm, das wäre ja völlig verrückt, ja, wenn deine, äh, Seele, die, die will mit dir verbunden sein, ja, und die steht nicht auf Qualen. Ja, die steht nicht auf Qualen, nee. Das ist, ähm, ich hab echt keine Ahnung, wo das herkommt, ja, so dieses, äh, göttliche Liebe muss, äh, bedeutet Leid, aushalten können, ne, erniedrigen, das ist, äh, nein. Nein, 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 ich weiß nicht, wo das herkommt, das ist, mir wird gesagt, das ist sehr, äh, kirchlich geprägt, ja, da, wo man dann mit dem gebeugten Haupt, ne, ähm, nach unten, unter der Erde, in der Stille, ne, ohne Quietsch und Quatsch, äh, das Göttliche mit den Zehenspitzen, im, im, im Sand scharrend sucht, ja, das hat, äh, nichts mit der, mit der, mit dem Saft, mit der, mit der Lebenskraft, mit dem Lebenssaft, zu tun, ja. Da steht man auch nicht im Saft, da steht man dann auch nicht im Saft. Ja, was haben wir hier noch für ein Mäuse-Thema, was gerne weggehen darf, was gerne rausgehen darf? Dependent sind ja so die Abhängigkeiten, ne, aber mir wird das direkt so gegeben, die Mitabhängigkeit, also quasi die Co-Abhängigkeit, ja, von, äh, Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten sollen das wahre Problem im Verborgenen halten, okay? Okay, merkt ihr daran, dass ihr, ähm, es einfach als Kleinigkeiten erkennt, ja? Ihr erkennt, ihr erkennt es als Kleinigkeiten und, ähm, fühlt euch, möchtet einfach von diesen Kleinigkeiten nicht mitabhängig sein. Das geht euch, auf gut Deutsch gesagt, ein wenig auf den Sack. Das ist so, ne, ihr habt hier so eine, ähm, Mitabhängigkeit von so einer niedrig schwingenden Energie, ja, und, ähm, fragt dann so, ja, so nach dem Motto, äh, wir könnten doch aber auch diesen Weg hier gehen, ja, wieso muss das denn die ganze Zeit so sein, ja, so erdrückend, so schwer, so, äh, ja, eklig einfach, ja? Warum muss das denn so sein? Ne, es könnte doch auch so sein, ja? Ja, und, ne, wir gehen ja hier durchs Portal, ne, wir gehen ja hier durch Neumond, ja, warum, warum, äh, wollen wir denn das hier nehmen, ja? Wir können doch auch das hier nehmen, ja? Das ist so euer Bedürfnis, ne? Und dann kommen Kleinigkeiten, also sprich, ähm, ihr merkt so regelrecht, ihr fühlt euch, ihr fühlt, das Gefühl ist, ne, ich sehe immer, wie ihr einen Vogel zeigt, ja? Das Bild ist immer, wie ihr dahin einen Vogel zeigt, ne, also so nach dem Motto, so, ähm, du willst mich wohl verkaspern, ja? Ja, du willst mich doch verarschen, das wäre ja ganz einfach zu lösen, ja? Das ist ja einfach nur eine Entscheidung, das zu lösen, ne, das ist hier überhaupt nichts, das ist was Kleines, ne, das ist ja, das, was du mir hier sagst, ja, ist ja überhaupt nicht schlimm, überhaupt nicht dramatisch, ja? Ja, das ist kein Grund dafür, hier in dieser Energie zu bleiben, ne, das ist, ähm, lass uns doch einfach das hier lösen, ja, und dann machen wir es so und so, und dann ist es doch gut. Ja, das Problem ist, ihr habt völlig recht damit, ja, dass euch das, ähm, ja, was weiß ich, kindisch, unreif, klein vorkommt, weil, das ist ja auch nur, ne Maske, ja, also, hinter dieser Kleinigkeit steckt ja eben noch eine, eine andere Wahrheit. Ja, die Wahrheit, dass man einfach tatsächlich nicht will, ja, und statt das zu sagen, dass man es tatsächlich nicht will, kommt man hier mit irgendwelchen Kleinigkeiten, von denen man ein sich bislang hat, ähm, mit runterziehen lassen. Ja, okay, dann eben nicht, ne, weil dies, das, jenes, welches. So, und jetzt wird einem das aber langsam, ja, diese Mitabhängigkeit davon, wird einem jetzt aber langsam zu blöd. Wieso, weshalb, warum schließt sich wieder der Kreis, ne, zu dem Jupiter, ne, weil die Seele eben Wachstum, Ausdehnung, Spaß, Lebensfreude, hier, ne, Traum- und Wunscherfüllung leben will, ne, und jetzt geht es halt darum, dass das, was wir im gestrigen Orakel hatten oder was wir auch im Jupiter-Orakel nochmal tiefergehend erklärt haben oder wofür wir jetzt eben halt auch die Hilfsmittel haben, ähm, sich aus dieser Mitabhängigkeit eben zu befreien, ne. Also, und da bekommt ihr so einen Energieschub von, ähm, langsam wird's, äh, albern, ja, langsam wird's komisch. Langsam muss man hier doch mal wie ein Erwachsener, ja, wie ein Erwachsener handeln und Entscheidungen treffen. Na, weil hier kommt immer jemand mit, das sind faule Ausreden, ne. Mit, mit faulen Ausreden um die Ecke und, ähm, weshalb man nicht handeln braucht, ja. Und bislang war da immer diese Akzeptanz, ne, gut, dann geht das eben halt nicht, oder gut, dann machen wir das halt nicht, ne. Und jetzt geht so, das ist das, was ich hier auflösen will, ne, jetzt geht so dieses, kann ich nicht, mach ich nicht, schaffe ich nicht, will ich nicht, das geht raus, ja. Ja, das geht hier jetzt raus, weil man jetzt selber verstanden hat, dass das ja irgendwie eine Verarsche ist, ja. Weil das in Wahrheit, ne, ein ziemlich unreifes Verhalten ist, ne. Man könnte noch auch einfach die Entscheidung treffen, das hier aufzulösen, ne, und dann kann man doch anfangen, hier, ja, das mal zu machen, ne, das zu leben, etc. pp. Da zeigt ja, das ist so dieser Piepvogel, den ich bei euch sehe, ne, den Piepvogel, den ihr dahin zeigt, ja, und sagt, also, in Wahrheit ist das echt albern, ja, oder in Wahrheit ist das echt eine Kleinigkeit, ne. In Wahrheit kann man das lösen, wenn man es denn will, ne, also diese Mitabhängigkeit, die geht jetzt halt raus. Ja, ja, und dann kommt man dahinter, ja, in dem Moment, wo man das nicht mehr für sich akzeptiert, kommt man dahinter, dass das ja dieses unreife kindische Verhalten ja auch nur eine Maskerade war, von dem, dass eben einfach der Wille fehlt, ne, hier fehlt der Wille, etwas aufzulösen, erzulösen, abzulösen, ja. Ja, ja, und dann hat das Ganze natürlich ein ganz anderes Fundament, ne, weil dann sieht man sich mit der Tatsache konfrontiert, dass sich auf diesem Weg, ja, oder mit diesem Vertrag oder in dieser Beziehung eben nichts verändern wird, weil der Wille fehlt. Und diese klare Aussage des, ich will das aber gar nicht, ja, die hat bislang gefehlt, ne, die hat man hinter Kleinigkeiten oder, ne, hinter Ausreden versteckt. Und deshalb, weil diese klare Aussage, diese klare Ansage gefehlt hat, ja, hat man sich da in einer Mitabhängigkeit von Negativität befunden, ne, also halt außerhalb von Wunscherfüllung. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, ist blöd, aber das darf sich ja jetzt nun, ne, wer möchte, darf das ja nun abgelöst, aufgelöst und erlöst werden, ne. Ja, und wer das tiefer gehen braucht, da haben wir das im Jupiter, im Stier-Video nochmal entsprechend aufgegriffen und erklärt. Habt ihr in der Infobox bzw. als Kanalmitglied zugesandt bekommen. Ja, gut. Und mit dieser Erkenntnis kann man eben auch ganz anders arbeiten, ne. Mit dieser Erkenntnis, dass, äh, dieserjenige welche, eben einfach nicht den Willen hat, ne. Kann man sich dann eben bewusst überlegen, ne, gut, okay, dann lassen wir es halt. Oder eben bewusst überlegen, gut, irgendwann muss man der Wahrheit mal ins Auge sehen, ne. Dann, ähm, driften hier unsere Vorstellungen einfach derart auseinander, dass man hier den gemeinsamen Weg eben auflösen muss, ne. Um halt zu seiner Traumerfüllung, Wunscherfüllung zu kommen, ne. Und das ist das, was jetzt halt der Neumond mit dem Portal tagen schafft, ne. Man geht dann halt entweder hier rein oder man entscheidet sich dann aber eben halt bewusst, ne. Dafür, dass einem selbst das eigentlich auch gar nicht wichtig ist und man dann alles belassen kann, wie bisher. So oder so hört eben der Kampf dann auf, ne. Und wie ihr euch dann da entscheidet mit dieser Bewusstwerdung, mit dieser Erkenntnis, das, äh, entscheidet dann eben jeder selbst, ne. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, wisst ihr ja sonst auch, wo ihr mich findet. Bis dann. So.